Wir feiern 10 Jahre Pöld TV und hier kommt Ihr Jubiläumsangebot des Tages. So, wir machen weiter mit unserem Jubiläumsangebot des Tages, liebe Zuschauer. Sie wissen, wir haben in diesem Jahr ordentlich was zu feiern. 10 Jahre Pöld TV und das bedeutet für Sie, dass wir jeden Tag einen ganz besonders interessanten Artikel aus unserem Sortiment preislich noch attraktiver gestalten, als wir das normalerweise tun. Und heute geht es um die Erfrischung, ganz egal, ob jetzt beim Camping, zu Hause, neben dem Sofa oder auch mal im Schlafzimmer oder vielleicht auch mal im Auto während einer etwas längeren Fahrt. Denn das, was Sie hier stehen sehen, sieht aus wie ein Kühlschrank und das ist auch ein richtig schöner Kühlschrank, nur eben in einer etwas kleineren Variante, oder? Und zwischendurch mal ein bisschen was Kühles zu trinken oder mal einen kühlen Snack, ist mal eine coole Angelegenheit. Ja, super und sieht natürlich super aus. Ich glaube, das kann zum Beispiel im Wohnzimmer stehen, ja, wenn du guckst, Fenster, du willst nicht immer zur Kühlschrank gehen und was Kaltes mitnehmen, ja, du kannst einfach deinen Lieblingsfilm gucken und dann kriegst du kälte Getränke. Was kann besser sein? Oder Bierchen zum Beispiel, ja? Oh, ich glaube, das ist echt cool. Nicht doch, nicht doch. Ich hatte mal einen guten Freund, der hat sich auch mal irgendwann so einen kleinen Mini-Kühlschrank neben das Bett gestellt. Weil eben hier, und da zitiere ich, ganz einfach mal sagte, ich bin einfach zu faul dazu, wenn ich nachts um drei, halb vier oder was mal eben wach werde und brauche was Kühles zu trinken, glaubst du, da stehe ich auf und gehe in die Küche, ja, da habe ich mir lieber so einen kleinen Kühlschrank neben dem Bett stehen und hole mir mal eben was Kaltes zu trinken raus. Das vier Liter Fassungsvermögen, ich habe jetzt mal zwei Dosen reingestellt und mal zwei Snacks vorne in die kleine Tasche rein. Ja, da hätte aber definitiv noch mehr reingepasst. Super. Finde ich richtig cool gemacht. Ist natürlich auch mal für Medikamente im Sommer am Schreibtisch beispielsweise mal sehr interessant. Ja. Und der kühlt auf bis zu 18 Grad Celsius unter Umgebungstemperatur runter. Wahnsinn. Cool, oder? Das alles, Sie kriegen für 44,99 Euro, das ist unglaublich. Sie müssen echt schnell sein, weil wir haben diesen Preis nur heute, weil wir feiern unsere zehn Jahre bei Pearl TV. Also bei Pearl TV, wir sehen schon den Preis, das ist knapp 67 Euro, was finde ich schon sehr, sehr günstig. Aber heute, Sie kriegen unseren besonderen Preis, 44,99 Euro mit Bestellnummer NX 63,77 und 75,6,9. Und ich muss sagen, dass auch für Frauen, für Damen, zum Beispiel, ich brauche diesen Kühlschrank in meinem Badezimmer für meine Creme, weil jetzt Sommer, das ist sehr, sehr warm und diese Maske, diese Patch für Augen, das muss immer ein Kühlschrank sein. Das ist klar, das wollten Sie nicht. Und ich glaube, das sieht so cool aus. Stark, oder? Wow. Mit dieser Edelstahlfront, eine richtig coole Geschichte. Jetzt verrate ich Ihnen noch was. Ich habe Ihnen jetzt die Kabellage, die dazugehört, ein Stück weit erspart, Kabel zu zeigen, finde ich jetzt nicht so sexy. Aber ich kann Ihnen verraten, dass Sie zwei Anschlussmöglichkeiten haben. Sie können diesen Mini-Kühlschrank jederzeit an eine ganz normale Steckdose, 230 Volt, anschließen. Und Sie bekommen noch einen zweiten Stecker dazu mit einem 12-Volt-Anschluss. Das heißt, den können Sie also ganz einfach auch mal im Auto anschließen. Zum Beispiel, man kennt das, wenn man eine etwas längere Fahrt hat beispielsweise. Ja. Die Kinder hinten drin oder der Beifahrer, da ist natürlich dann mitunter mal das Verlangen nach einem kühlen Getränk ganz groß. Auch für den Fahrer hält natürlich auch ein bisschen munter. Und insofern kann man sich sowas auch ganz hervorragend mal in den Pkw stellen oder auch zum Camping zum Beispiel. Finde ich hervorragend. Das ist einfach ein Traum. Ja, weil unterwegs immer, wenn du fährst zur Tankstelle, natürlich, du willst was Kaltes trinken. Ja. Und die Preise auf der Tankstelle, das ist schon wild, ja. Wahnsinn. Also Sie müssen schnell sein, unseren Mini-Kühlschrank mit Bestellnummer NX6377569. Und heute, Sie kriegen unseren besonderen Preis, 44,99 Euro. Ich bin einfach begeistert. Das ist cool, oder? Also ich, am besten, Sie nehmen ein paar Stück, ja, zum Beispiel ein für Wohnzimmer, für Bierchen, ein für Schlafzimmer, ein für Badezimmer und einmal für unterwegs. Oder? Ja. Ja, ich finde die einfach praktisch hier, der wiegt nicht wirklich viel und ist wirklich ausgesprochen schön, also auch als Deko für zu Hause oder eben auch mal für unterwegs. Richtig coole Angelegenheit. Für den Preis überhaupt keine Frage, also normalerweise noch deutlich köststündiger. Für Arbeit auch, für Büro. Das ist, was ist für eine super Idee. Ein kühles Bierchen, weil bei der Arbeit wäre eine kühle. Warum nicht? Und der kalte Kahn fährt. Also auf jeden Fall, Sie müssen schnell sein. Viel Spaß. Mua! 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 Mua!